Hier ist Radio Taiwan International am Mikrofon Uta Rindfleisch mit dem chinesischen Kochstudio. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dem therapeutischen Reitstall, in dem ich auch arbeite, wächst ein Rossellenstrauch oder vielleicht können Sie mit dem Namen Hibiskus oder Malwe mehr anfangen. Die Stängel dieses einjährigen Strauches sind nun voll mit den fleischigen, dunkleroten Blütenständen mit ihren hellgrünen Samenkernen. Da ich hier in Taiwan nur selten die Gelegenheit habe, Marmelade zu machen, nutzte ich die Gelegenheit, dass sonst niemand Interesse daran zeigte, um eine Tüte voll zu ernten. Normalerweise fehlt mir zum Marmelademachen das Pektin, Doch im Falle der Rossellen ist in deren Samenkernen Pektin enthalten. Man muss diese nur zunächst getrennt auskochen. Doch bevor wir uns ans Marmeladekochen machen, sehen wir uns erst einmal an, was die Rossellen in unserem Körper alles bewirken, wofür sie also gut sein sollen. Im Sommer wird gerne Hibiskus oder Malwentee getrunken, bevorzugt gekühlt, da diese in der Lage ist, die inneren Hitzen zu senken. Er soll auch gut für die Stimme sein. Das muss ich mal ausprobieren, denn ich habe in letzter Zeit oft eine etwas raue Stimme. Des Weiteren regen die Rossellen die Verdauung an, sind handtreibend, regen den Stoffwechsel an, senken den Blutdruck, schützen die Leber und wehren Krebs ab. Triftige Gründe, häufiger zu diesem Tee oder zu Rossellenmarmelade zu greifen. Ob das natürlich alles auch für die Marmelade gilt, weiß ich nicht. Die Herstellung der Marmelade ist denkbar einfach. Zunächst müssen Sie natürlich Gläser vorbereiten, mit kochendem Wasser ausspülen und dann umdrehen und abtropfen lassen. Inzwischen die Blütenstände von den Kernen befreien und die Blütenstände und Kerne getrennt gründlich waschen, da manches kleine Ungeziefer sich gerne darin versteckt. Nun nehmen Sie die Kerne, geben Sie sie in einen Topf und füllen Sie so viel Wasser auf, dass sie von Wasser gut bedeckt sind. Dann stellen Sie den Topf aufs Feuer und lassen Sie das Ganze köcheln, bis die Kerne etwas durchsichtig geworden sind und das Wasser durch das ausgetretene natürliche Pektin eine sämige Konsistenz angenommen hat. Das geht tatsächlich relativ schnell. Man braucht die Kerne eigentlich nur etwa eine Minute kochen lassen. Man seit dann die Kerne ab und behält das Wasser zurück. Nach dem Waschen können Sie, falls Sie wie ich gerne Stücke in Ihrer Marmelade haben, die Blütenkranzblätter per Hand zerkleinern. Wiegen Sie sie dann ab und wiegen Sie dieselbe Menge oder etwas weniger, aber auch wieder nicht zu wenig Zucker ab. Wenn Sie möchten, können Sie auch noch etwas Zitronensaft dazugeben. Nun gibt man die sauber gewaschenen Blütenstände und das Pektinwasser in einen Topf und bringt das Ganze zum Kochen. Schon bald merken Sie, dass das Fleisch der Blütenstände weicher wird. Dann nimmt man den Topf vom Feuer und mischt den Zucker gründlich darunter. Erst wenn der Zucker gut vermischt ist, wird der Topf wieder aufs Feuer gestellt und das Ganze zum Kochen gebracht. Es wird so lange weitergekocht, bis die Blütenstände weich sind. Dabei muss man fleißig umrühren, damit die Masse nicht am Bodentopf ansetzt. Man kann nun entweder so lange kochen, bis die Blütenstände ganz weich geworden sind, oder man kann, wenn man keine Stücke haben will, sondern das Ganze sehr sämig haben möchte, den Prozess auch etwas abkürzen, indem man den Zauberstab einsetzt. Danach lässt man die Masse allerdings noch einmal kurz aufkochen, bevor man sie in die Gläser füllt, sofort verschließt und dann zunächst auf den Deckel stellt, wie Sie es ja auch von anderen Marmeladen her kennen. Die Reste, die im Topf zurückbleiben, sollte man nicht verkommen lassen. Wenn man etwas Wasser dazu gibt und das Ganze gut durchrührt oder schüttelt, hat man in Nullkommanichts ein Hibiskusgetränk. Einmal habe ich versehentlich zu viel Wasser genommen und da es schon spät am Abend war, konnte ich es auch nicht abwarten, bis das Wasser so ziemlich eingekocht war. Das Ergebnis war natürlich, dass die Marmelade nicht gelierte. Das war aber auch nicht tragisch, da ich sie dann als Soße verwendet habe. Sie schmeckt wunderbar zu Vanilleeis, egal ob kalt oder heiß, eine echte Alternative zu heißen Kirschen und Himbeeren, die hier recht teuer sind. Natürlich schmeckt diese Soße auch zu Naturjoghurt sehr gut oder auch zu einem Rosellen-Chiffon-Kuchen, den ich damit ausprobiert habe. Was man hier als Chiffon-Kuchen bezeichnet, würde man in Deutschland wohl Hüllbiskuit nennen. Sie benötigen 6 Eigelb, 120 Gramm Milch, 80 Gramm selbstgemachte Rosellen-Marmelade oder Soße, 20 Gramm Zucker, 80 Gramm neutrales Öl, 180 Gramm Mehl mit niedrigem Glutengehalt, 6 Eiweiß, 1 Viertel Teelöffel Salz, 80 Gramm Zucker. Ich habe hier nur etwa 50 Gramm genommen, da ja die Marmelade auch süß ist, braucht man keine Angst zu haben, dass es nicht süß genug wird. Den Backofen auf 170 Grad Celsius vorheizen. Das Eigelb und die 20 Gramm Zucker mit dem Rührgerät so lange schlagen, bis der Zucker aufgelöst ist. Dann langsam die Milch und dann das Öl dazugießen und dabei weiterschlagen. Schließlich auch die Marmelade darunter rühren. Das Mehl sieben und nacheinander jeweils etwa ein Drittel vorsichtig unter diesen Teig heben. Das Eiweiß mit dem Salz aufschlagen und langsam den Zucker darunter mischen. So lange schlagen, bis das Eiweiß fest ist. Das Eiweiß auch in drei Portionen vorsichtig unter den Teig heben. Diesen in eine Springform gießen, die Sie zuvor mit Backpapier ausgelegt haben. Falls Sie Safrin-Formen haben, können Sie auch diese verwenden. Das sieht dann schöner aus. Bevor Sie die Form oder Formen in den Ofen stellen, mehrmals auf die Arbeitsplatte schlagen, damit eventuell vorhandene Blasen heraustreten. Etwa 30 bis 35 Minuten backen lassen. Vergessen Sie nicht, rechtzeitig nachzuschauen. Diesen Chiffon-Kufen habe ich dann zum Essen also noch mit der Rossellensauce übergossen, was sehr lecker war. Statt Marmelade zu kochen, war es hier in Taiwan traditionell üblich, kandierte Rossellen herzustellen. Das geht folgendermaßen. Sie benötigen 900 Gramm frische Blütenansätze der Rossellen, entkernt und gewaschen. 1 Kilogramm Zucker, 4 Zitronen. Die Rossellen waschen, unten jeweils ein Stück abschneiden und den Kern nach oben herausdrücken. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen und die Rossellen darin in mehreren Portionen jeweils 5 bis 6 Sekunden blanchieren. Nicht länger blanchieren, weil sie sonst matschig werden. Auf Küchenkrepp trocknen und abkühlen lassen. Mit der Hälfte des Zuckers und dem Zitronensaft so vermischen, dass man keine einzelnen Zuckerkörner mehr sehen kann. In ein Glasgefäß geben, das sich luftdicht abschließen lässt und mit dem restlichen Zucker bedecken. Das Glasgefäß muss ganz trocken sein, damit kein Schimmel entsteht. Bei Raumtemperatur 3 Tage stehen lassen. Nach dem Öffnen den Saft abtropfen lassen, damit lassen sich wieder Getränke machen und genießen. Nach dem Öffnen müssen die kandierten Früchte, die nicht gegessen wurden, im Kühlschrank aufbewahrt werden. Mit diesen kandierten Früchten lassen sich übrigens Sahnetorten, auch sehr schön dekorieren. Die meisten Rezepte, die ich für Rossellen gefunden habe, sind natürlich Kuchen oder Desserts, aber ich habe zumindest auch ein Foto von Schweinefleisch süß-sauer mit Rossellen gesehen, was durchaus logisch ist, da die Rossellen ja auch süß-sauer sind. Ob die dabei verwendeten Rossellen kandiert waren oder nicht, könnte ich allerdings auf dem Foto nicht ausmachen. Offenbar wurde dabei auch auf die Soße mit Tomatenketchup verzichtet. Da heißt es also, selbst experimentieren. Auf Wiederhören, am Mikrofon war und Tarenfleisch.